Hey Leute, Momo von Outlet 46 wieder mal am Start für euch mit einem neuen Sneaker Review. Im heutigen Review kriegt ihr den Unizuka Tiger Mexico 66 von A6 zu sehen. Der Mexico 66 ist ein casual lastiger Sneaker mit einer coolen Oberfläche, die von den A6 typischen Overlays geschmückt wird. Gerade weil die Oberfläche weiß ist, kommen die blau-roten Overlays richtig gut zum Vorschein. Für einen relativ dünnen Lowtop Sneaker bietet der Mexico 66 auch noch einen echten, echten Tragekomfort. So Freunde, das war es auch schon wieder mit den Nahaufnahmen. Jetzt hören wir mal die On-Feed-Aufnahmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer ein Like da und dominiert unseren Channel. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.